Falls bei euch der Stream jetzt auch gerade so ein bisschen schön leckt und so, äh, das liegt wahrscheinlich ein bisschen an den Verbindungen zum Server oder an Twitch. Die haben gerade ein paar Server-Einschränkungen gemacht. So, okay. Jetzt macht er das halt. Na dann, hau mal die Lampe weg. Alle Mann auf Gefechtsstation! Was? Warum denn? Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt, bitte weitermachen! So. Und jetzt. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Ja, überhaupt erinnert sie an Kletes Strampelanzug. Na, dann rede mal mit Argus. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Äh. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ach was, die würden dich nicht sehen. Hör auf zu heulen. Ähm. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Kletes von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fertig genug. Ja, mit Fettig, da geht es sicher aus. Ähm. Ja, wie machen wir das jetzt? Wo kriegen wir da was her? Licht haben wir ja schon mal ausgekriegt. Sonst brauchen wir noch irgendwas. Eigentlich bräuchte ich die Tasche mal. Finger weg, verdammt. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Ja, so ein Mist. So, sagt er noch was? Äh, nein, das ist nichts Neues. Eigentlich müsste ich ja alles haben soweit. Einfach mal alles ausprobieren, würde ich sagen. Und wieder einmal hat Function, Form gnadenlos abgehängt. Ah, okay. Das hat geklappt auf einmal, alles klar. Wenn etwas auf die Flagge kommt dann mein Logo. Fünf brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Was ist denn Upsi? Upsi. Na. Mit dem Mob würde die Flagge aussehen wie Cletus von hinten. Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Außerdem ist die Frisur noch nicht fertig genug. So, dann gucken wir mal. Ich kann nicht näher ran. Ja, ja, ist ja gut. Ich kann nicht die Orga... Kann man das irgendwo hinstellen, hier, die Taschenlampe? Sieht nicht so aus. Ich kann nicht die Orga... Ich kann nicht die Orga-Nons würden mich sehen. So. Nein, hier ist... Ich kann nicht näher. Die Orga-Nons würden mich sehen. Ach was? Hör auf zu heulen. Ich brauche keinen... Ich ordne alles nach einem unfehlbaren... Hey, wo ist mein Eimer? Ja, dein Eimer ist weg. Wenn etwas auf die Fünf... Wenn er Fünf... Mit dem Mob-Arbeiter außerdem... Wenn etwas Fünf... Ich brauche ich auch... Hey! Ich be... Dieses Rätsel... Das geht nicht... Lampenschirm... Geht nicht. Erliegt dir Zeit... Das hier... Hey, das geht. Sehr gut. Ach so. Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletis. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Na, die haben wir doch auch noch. Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Toll. Wo kriege ich jetzt das Öl hier? Ah! Alles klar. Ich weiß schon. Nein. Den Mob wollte ich in der Hand behalten. Öltanklappe. Da muss der Mob rein. So. Jetzt passt alles. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Dass du überhaupt deine Nummer aufgezogen hast mit einem Lampenschirm. Das wundert mich. Kann ich nicht die Orgel? Ja, ja. Hör auf zu heulen. Komm. Sieh an. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ach, wie schön. Halt! Wer da? Ich bin es nur. Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich zwei Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ähm. Ja. Und? Wo ist sie? Ach. Ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beheilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ist sehr gut. Ist aber streng. So. Na gut, dann holen wir uns die Datasette mal. Vorbeikommen war so ja nicht anscheinend. Dann sprechen wir mal mit ihm. Äh. Da. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesie-Alben. Nein. Warum nicht? Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Goal ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist dir Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat? Ist das Implantat noch intakt? Ich glaube schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich der Pony ja nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Na, geht doch. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Ach, heu doch. Du liebst sie wirklich, oder? Nein, er liebt sie nicht. So, jetzt kommen wir wenigstens da vorbei. So, wie es sich gehört. Halt. Erst wieder umziehen. Genial. Hehehe. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Schon wieder. Halt. Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Schon wieder. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt. Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Nein. Aber, aber, Amtmann. Seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Sehr eindringlich. Naja, egal. Das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass Sie nochmal drauf reinfallen. Na dann, auf zu holen. Oh. Jetzt ist er weg. Sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob Sie von den Ordern uns entstanden wurden? Unsinn. Das kann nicht sein. Das haben Sie erwähnt. Boah, das war ein bisschen laut gerade. Da muss ich mal kurz in den Einstellungen nochmal. Das hier müssen wir leiser machen. So. Und weiter geht's. So. Ja. Wo ist Goal? Goal wurde entführt. Wieder einmal. Und? Wohin? Hier auf jeden Fall nicht. Hier sehe ich keine Goal. Okay. Da. Achso. Na dann mach das. Dann müssen wir mal anders gucken. Wo ist Goal sonst? Spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Irgendwo muss da was sein. Tümpel. Abhauen konnte sie nicht. Wie auch. Aber hier ist auch. Obwohl hier ist eine Phosphor-Spur. Ah. Alles klar. So. Zuckerwatte mit einer extra Portion Phosphor. Yummy. Mmh. Lecker. So. Mal gucken. Also sie muss ja hierher getragen worden sein. Schauen wir mal wo genau. Krass. Die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Wie kann die da drin implodieren? Toll. Muss ich nochmal zurück. Auf jeden Fall muss ich was mit der Phosphor-Zuckerwatte machen. Das weiß ich noch. Ähm. So. Da rein. Muss ich die vielleicht essen? Na dann. Hau weg die Scheiße. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ah. Oh. Doof. Hab doch ne Taschenlampe. Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Gold schneiden können. Ja. Hättest aber nicht aufnehmen können. Weil du keine Kamera dabei hast. So. Irgendwo Phosphor-Spuren noch. Das strahlt schon genug. Das strahlt schon genug. Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Lampen sind noch vollkommen in Ordnung. Ach komm. Tapp dich mal nicht so. Rein mit euch. Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Na ja. Sie sind sehr anhänglich. Ich brauche doch die Zuckerwatte anscheinend. Also die Phosphorwatte. Ich brauche das.